Ich heiße euch, willkommen zurück zu Mario Music Box und ich bedanke mich für den neuen Abonnenten, herzlich willkommen auf meinem Kanal, aktuell jetzt bin ich Mitglieder Solid 2 und 3, aber da er Oktober ist, ist es quasi Horror Monat, wahrscheinlich auch noch im November, je nachdem, und auch jetzt beim Metal Gear, gehen wir ganz mal weiter, und ZROT Randomizer ist ein Spaßprojekt für den Ball, und ja, ich hoffe, findest du was, was dir gefällt, leider ist auch viele Projekte dabei, wo ich depressiv war, versuchen mich so gut es geht zu verbessern, und ja, schauen wir mal, wie es dann so wirkt, die nächsten Wochen und Tagen, oh, Entschuldigung, ich habe vergessen, mein, äh, Handy auf Lautlöser stellen, Entschuldige, so, ich habe mal ein bisschen zu, ähm, rumgeschaut, Vor allem den Code, ich habe von YouTube auf, aus dem Code abgeschrieben, aber ich möchte den Code selber finden, weil ich glaube, dass er auch, äh, regeneriert wird, Das heißt, pro Spielstand, andere Quote für die Tour, und deswegen schaue ich jetzt mal selber, nach, ich habe jetzt den Schlüssel für den, ähm, Badroom, also für Badroom, also für Badezimmer, vielleicht noch mal speichern, hier, Ah, Mann, So, immer unterm Netzplänen, schreibst, was, ich auch so schreibst, nee, Okay, dann kam es mal mit dem Netzplänen, und dann auf einmal, zack, schreibst, schon alle, als würden sie das genau wissen, Klar, ihr wisst zwar, wann ich aufnehme, Aber, die wissen jetzt halt nicht, in welchen Zeitraum, Vor allem beispielsweise habe ich nicht aufgenommen, habe mir auch keine geschrieben, Ich laufe jetzt noch mal oben durch, ich glaube, man müsste mal, Flüchten, genau, wenn man flüchtet, Nummer am Display, Nummer 46, Okay, die kann man schon mal vergessen, also Schlüssel für einen Bautraum, Ich schaue jetzt doch noch mal in die Vase nach, Weil, bei mir ist sicher, irgendwo an der Vase habe ich so etwas verpasst, Oh, tatsächlich, Das heißt, schießt, da schaue ich jetzt mal ganz schnell nach, Normals habe ich immer alles vorbereitet, aber jetzt habe ich nichts vorbereitet, In die Deutsch übersetze, äh, schießt, Brustschlüssel, nein, 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 ne, Obtänen heißt, ihr erhalten keine Schlüssel, aber warum heißt es schießt Brust, das gibt doch keinen Sinn, oder? Ich lade Coole besitze, was ist, er ist auf jeden Fall in der Phase nachschauen, musste ich mir merken, habe ich in den letzten zwei Parts nicht getan, war es ziemlich dumm von mir, und es hat ja auch nicht in ihre Bleistiftblätter, dankeschön, in ihre Bereich geht auf die selben Spielschule speiern, weil es gibt ja ein andere Ending kommen, oh Penny Note, ach habe jetzt die eine, eine Seite, ne das war ja nicht, ich dachte die Tür hätte schon geöffnet, HOPE, Nr. 25, HOPE, ey, hmmm, und bei Horrorspiele bin ich immer sehr genützt zu haben, ich versuche jetzt zwar immer spannend zu machen, ich habe auch ziemlich viel, aber, ein bisschen leise machen, das ist, ja, Badezimmer, da war ich tatsächlich noch nicht drin, so düster, ja, das glaube ich, ich muss auch von irgendwas weglaufen, ne, der Spiegel reflektiert, irgendwas am, äh, oben an der Tür, okay, Warte eine Minute, oh, boah, mein Herz sieht schon wieder aus, leise bitte, ich habe es immer volle Pulle, das ist nicht gut, ja, das war klar, Spiel mit mir, nein, ich habe keine Lust zu spielen, äh, und extrem, bullern w Bestimmen von mir, nur wo Sie mit mir haben, um sie mit mir zu kommen, Ver presenceumen von schossische Musik. So beschäft die Musik, wir heute habt, dieses Stück basiert von gleiche Carmen, ich habe keine Artikel zu hören die Musik. war das leider ertrücken eigentlich bin ich auch etwas müde aber ja da schlafe ich immer sehr gut ein komischweise bei horrorsachen ja wenn ich normale filme anschaue bin ich immer total wach aber bei horrofilmen oder horro spiele da schlafe ich sehr gut ein und alle anderen haben richtig schiss davon zum einen schlafen denke ich mir gute noch so ich muss den schlüssel irgendwie aufsammeln mein name ist nicht an ließ ich hoffe ich denke nicht zu schluss tut schlüssel aufsammelt und unter alles klar mach mir da kommt es in die fünsternis in die darkness in die helle die dämonen die kommen wenn die dumme äh die dumme die dämonen die kommen mach ich so ich weiß bescheid nichts um den schlacht so da stinkts schlüssel und versuchen irgendwie die das trick sind ja 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 jetzt gehen wir schon den satz das geht es echt nicht ich muss aber da runter oder nicht aber wenn ich jetzt da runter gehe da ist doch die automatische schlüssel schlüssel ja alles kümmer was soll man da tun es ist so dunkel kann ich hier überhaupt schon was tun oder so muss ich da lange genug ausweichen ich versuche lange genug auszuweichen wenn ich jetzt f12 durch geht kommt das genauso ok aber klar mit f12 kann ich immer beenden oder schlüssel r 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 b r r ich dachte mit dem ein ja sagst du aber scheinbar nicht ganz so was gebracht das war jetzt nicht so happy wir werden lange im badraum aufhalten ja aber wer möchte schon zum badezimmer ich meine kann man kann nicht immer vorbei ok f12 ist immer bilden immer man kann nicht immer vorbei und und jetzt wo ich die spiegel angeschaut habe immer das gleiche ne ja sorry freunde ich muss wieder etwas über mein denken hinausdenken ich versuche jetzt mal was ganzes anderes eine tülle so lange extra drücken bis es nicht mehr geht ich war ich doch nicht ganz so verkehrt ähm die neun ach so da ist schon alles voll immer der eins nochmal rein nö auf jeden fall die pflanze mitnimm ich glaube da waren auch ein paar pflanzen ne ja kommen wir back to life dann ist die frage ist es die musik für die piano schon komplett oder nicht sparen kann man nicht genug nicht genug kriegen wie bei safety und loading man kann einfach nicht genug kriegen der spielbricht gesparen kommt auch irgendwas und macht so wie bloody bernry soll ich jetzt nochmal normal muss der umwelt erkrankten sitzen wie auf die ich schon gesparen habe inkomplett der bestimmt wird tot nein was ist das für ein sound ja doch ich bin tot das war doch nicht das richtige musik hm 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 he ha hhm ha her und ja gut nur widers dann wupger Einfach tot ist. Ganz sicherlich. Eine blonde Frau, mit grünen Augen, hmm, ein Wunder. Ja, das ist ein Wunder. Ist geschlossen. Geschlossen, geschlossen, geschlossen. Auch immer nur nix mal. Spinnenweben. Ja, wenn ich hier schlafen liege, dann bin ich, hmm. Wer da schlafen liegen kann. Aber halt, da bin ich ja aufgewacht am Anfang. Ich gehe nicht hier rein, da ist nichts sicher. Ja, gut. Ganz ehrlich, ich da auch nicht eingehen. Wie die Haare und Frau da noch draußen steht. Aber jetzt so ein Lücke, da passiert ja wieder nichts. Mein Hirn. Ist geschlossen. Und auch jetzt wieder raus. Selbstmord. Ich kann zwar den Code benutzen. Für den, äh, 2W, aber bringt mir nicht viel. Zit-ah. Muss sich sitzen. Somnus. Inversionswurf 25-46 Inversionswurf 25-46 Oh red tone red It looks like a tone red 2 dann ist am schick ließ nur ist ja das haben wir schon ist ließ schießt es zu ruhen. Aria. Hoeria. Okay, die erste Nummer, around the place room. Die zweite Neumre, auch mal hast du bookehts outside des r�um. Das heißt, ich muss irgendwo außerhalb sein. Die zweite Neumre, die Pflanze haben wir. outside buddy dritte neues Plains, der Lefters, Hallway, vierte Nummer, der Puppe, also Pflanzen, zwei, zweimal Pflanzen haben wir ja, oder? Die Puppe, war ja, die hier, Bedrooms, ja, da waren wir schon, ja, ja, da waren wir schon, iiih, da steht's, ich will vorher festreden, ich die Bettberühre, nochmal speilern, bitte, hm, achoo, am Verduschten, die Pflanzen haben wir, glaube ich, schon alle, so ziemlich, berührt, ich kann nicht hunderttausend das gleiche absuchen, ey, was geht durch? Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ihr kommt immer wieder alles ab zu, aber das ist halt auch für euch zu lauweilig. Das kann man sich so gut vorstellen. Na komm. Jede Seite durchsuchen. Na genau, da guck mal nicht durchsuchen. Hm. Schlauxabit ist echt nervig. Aber ist sauber. Wo ist denn das? Ah hier. Und oben. Kurz verlesen. Hier. 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 nicht sehr viel hilfreich da werde ich ja wieder nur verfolgt genau mann wo lag da außen sind keine Pflanzen also hier schon mal nicht oder die Spinnwebe auch durchsuchen ne auch nicht die Kirzen ähm da draus eventuell ähm Pflanzen ne ne nächste neeein aber da sind keine blumen die man in agieren kann oder linke seite noch mal stühle kann man auch durchsuchen auch stühle ach du scheiße aber nicht die das zweite nicht nicht das erste freunde es geht weiter endlich wer bist du mein name ist area und dieses piano das litte schon sehr sehr lange jahre aus scheinbar ein geist luigi wo bist du wir brauchen den schreckweg 0817 glaube ich oder 16 so jung was passiert von den toten oder auf diese klavier gespielt back it out ok spiele ich für mein tod und die hof soviel das obs ist weil nicht abstürzt in der letzten folge hat mir echt glücklich das weil die datei war kaputt weiß ich ja alles das aufhangen und der jetzt hoffentlich nicht mehr also viel bieten der küchenschlüssel sehr schön und damit liebe freunde beenden die part und bleibt dabei endlich geht es weiter also einfach auf nein drücken drauf ja jung du dummerle auch darfst mal das gleich wiederholung aber ihr seht ja ich gebe ihr mühe ohne ständig nachschauen zu müssen ob ich heute schon auch in der Stadt habe mit dem Code aber ich hab das irgendwie nicht ganz so gereift weiß ich warum lasst Like und Abo da wenn mich mega freund teilt es und helft mir den Kanal noch besser zu machen umsonsten bis bald habe die Ehre liebe Freunde